Wie fühlen sich denn so nach der Entscheidung der Jury? Ja, die armen Menschen wissen ja gar nicht, was sie da getan haben. Ich meine, wie kann es eine Jury wagen, über mich zu urteilen? Wie fühlen sich denn so nach der Entscheidung der Jury? Ja, die armen Menschen wissen ja gar nicht, was sie da getan haben. Ich meine, wie kann es eine Jury wagen, über mich zu urteilen? Äh, äh, weil es ihr Job ist. Außerdem, ich habe ja hier Sachen vorliegen, ähm, es gibt ja auch wörtliche Aussagen von Ihnen, wo Sie sagen, Sie haben, ja, häusliche Gewalt selber gestartet, angefangen. Wie stehen Sie denn jetzt dazu? Ja, das ist ja alles so ein bisschen schwarz und weiß, sag ich mal. Also, außerdem habe ich immer nur reagiert. Also, wenn Sie jetzt wieder neue Entschuldigungen vorbringen und vielleicht ein neues Verfahren eröffnen wollen oder auch jetzt hier dieses Interview machen, gibt es denn neue Beweise? Ja, also, ich habe hier von meiner Therapie alle die Notizen, die sich mein Therapeut gemacht hat, also wirklich haarsäuberlich aufgeschrieben. Und hier sind alle Beweise drin. Ja, wenn es diese Beweise gibt, warum haben Sie denn dann Ihren Therapeuten nicht als Zeugen berufen im Prozess? Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich bin einfach das Opfer. Ja, ich habe mal ein paar Szenen aus dem Interview, was Amber Heard jetzt neu gehalten hat, was diese Woche erst so teilweise rausgekommen ist. Gestern ist, glaube ich, ganz rausgekommen, aber war geschützter Content. Das ist, glaube ich, auf YouTube auch noch nicht verfügbar. Deswegen habe ich wichtige Szenen mal nachgestellt, wo, ja, Amber Heard natürlich quasi wieder das Gleiche macht. Johnny Depp ist schuldig, von was ich frage, hat es eigentlich diesen Verleumdungsprozess nie gegeben, weil da ging es ja um Verleumdung. Und wenn sich danach jemand da hinstellt und fängt wieder an, genau die gleichen Sachen zu sagen, ist es natürlich höchst irritierend, wo ich mich auch frage, wenn man gerade deswegen verurteilt worden ist, was haben die da für ein Rechtssystem? Dem weiß ich nicht, kann die das immer weiter das Gleiche behaupten. Aber wie es vielleicht aus meinen kleinen Einlassungen zu sehen war, war das Interview jetzt nicht besonders erhellend. Also sie hat ja irgendwelche Unterlagen vorgelegt aus ihrer Therapie, wo man einfach so handschriftliche Sachen sehen konnte. Ich hatte auch irgendwo auf Twitter stand auch, es wird so aussehen wie ihre Handschrift, ich weiß es nicht. Aber klar, wenn gerade der Prozess gewesen ist, warum hat sie das nicht da vorgelegt, warum hat sie nicht ihren Therapeuten als Zeugen benannt? Ich meine, es ist einfach so schade und da muss man eigentlich auch gar nicht viel drüber reden. Also sie hatte halt das Mantra, was alle Menschen, die sich so minuspolig toxisch verhalten, war ich nicht, habe ich nicht, bin ich nicht. Also kompletter Auslassen von Verantwortung. Also das ist auch, glaube ich, dieses Learning, was man ausziehen kann und ziehen sollte. Wirklich jeder, der es vielleicht auch erlebt hat. Also ich kenne sowas zumindest auch aus toxischen Beziehungen. Wenn du auf der anderen Seite, obwohl du die Evidenz da hinlegst, obwohl du sagst, hier ist dein Vergehen, hier ist der Beweis. Nee, war jetzt auch bei Temptation Island, wer das gesehen hat, mit diesem Mark Robin. Habe ich nicht, war ich nicht, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gemacht. Ich bin der Frau auf den Mund gefallen, habe ich nicht geküsst. Ich habe Johnny Depp nicht geschlagen. Das ist wirklich immer der gleiche Scheiß. Und das ist einfach so irritierend. Und ich kann auch verstehen, dass Leute das so verunsichern. Jemand, das so voller Inbrunst behauptet, habe ich nicht. Das ist ja dieses Gaslighting, dass man so einen kurzen Moment denkt, bin ich jetzt eigentlich falsch oder zu wertend? Oder nur, weil jemand das so voller Inbrunst und selbstbewusst vorbringt. Und das ist halt so diese Falle daran. Nur weil jemand das so krass sagt, das kennt ihr vielleicht auch, ist man dann für einen Moment so, ich will jetzt auch ihm kein Unrecht tun und so. Und zack, ist man eigentlich reingefallen in dieses Gaslighting. Das ist wirklich, also dass der Frau da immer noch, ich denke, sie wird auch Geld kriegen für solche Interviews, dass ja immer noch Plattformen geboten wird und so. Aber gut, so ist das Leben. Und man sieht auch, also da ist sie auch nicht anders als andere Menschen auch, die sich so verhalten oder solche Persönlichkeitsausprägungen haben. Sie sucht halt einfach immer wieder die Bühne, braucht immer wieder die Aufmerksamkeit. Sie ist das super Opfer und das wird auch nicht aufhören. Also entweder das langweilt die Leute irgendwann oder ihr wird halt juristisch da mal an eine harte Grenze gezogen, dass sie das einfach nicht mehr darf. Also offensichtlich ist sie ja auch der Meinung, ja, sie darf das weiter, was auch, ja, sehr enttitelt ist, wie die Menschen immer sagen. Also sehr, so was, ich bin was Besseres, mir was Tolles. Also sie sagt ja im Grunde genommen, ich stehe über ein Gesetz, also ich bin gerade verurteilt worden, aber ich sage das einfach weiter. Ich sage es weiter, ich sage es weiter, ich sage es weiter. Und das ist natürlich sehr egozentrisch, sehr egoistisch. Und ja, es ist einfach krass. Und man merkt auch, dass sie nicht davon ausgeht, dass sie jemals irgendeinen Euro zahlen wird müssen. Sonst würdest du ja sowas nicht weiter sagen. Und irgendwie ist es auch beängstigend, weil sie das ja offensichtlich selber glaubt alles. Also das ist so fucking irritierend. Also gut, ja. Okay, ich habe es einfach nochmal gemacht, weil es interessiert sich auch viel dafür. Und ich finde, man kann auch viel lernen von den eigenen toxischen Beziehungen, die man vielleicht hatte, wenn man so einen Exemplar Mensch da hat. Die haben ja auf eine Art auch fast nur leidtun können, der einfach, weiß ich nicht, einfach, obwohl du ihm gesagt hast, hier sind die Beweise, die du bist fremdgegangen, sagst, nein, habe ich nicht, war ich nicht, war jemand anders, war mein Zwillingsbruder. Aber es ist einfach schlimm. Aber was man auch hier sieht, ist, wie ich schon sagte, dass sie es unter Umständen selber glaubt und deswegen es auch so krass vorbringt. Deswegen bin ich eigentlich so dankbar für diesen Prozess, dass man das mal so sehen konnte. Ich bin so dankbar, dass der live ausgestrahlt wurde. Und ich finde es immer noch irritierend, dass viele große Medien das nicht entsprechend aufgegriffen haben. Also gut, diese Interviewerin jetzt, ich glaube, Daytime hieß die Show, die hat sie schon ganz schön herangenommen teilweise. Aber gut, letzten Endes auch wieder eine Plattform geboten, immer wieder den gleichen Scheiß zu reden. Und das tut mir für die mutmaßlichen Opfer, wer wahrscheinlich jetzt Johnny Depp ist, echt leid, dass man sowas dann immer wieder über sich ergehen lassen muss. Und er muss, hatte ich ja mal im letzten Video schon gesagt, muss jetzt für sich die Entscheidung treffen, was ist jetzt besser, sie immer wieder irgendwie juristisch anzugehen. Dann muss er natürlich Mittel finden, dass das auch wirklich aufhört, sage ich mal. Oder ist es besser zu sagen, was ich auch nachvollziehbar konnte, was vielleicht auch das Bessere ist an diesem Punkt, zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen Ruf gerettet und dann soll sie sich weiter im Kopf und Kragen reden, was sie ja letzten Endes macht. Also das ist das einzig Gute an diesem Ganzen, dass wenn Menschen aus so einer Energie handeln, wie Ember Hörd das hier tut, dass sie sich einfach ihr eigenes Grab schaufeln, wenn man sie lässt, irgendwie so. Deswegen, ja, also für beide Varianten spricht man. Da hast du mir mal gespannt, wie es weitergeht. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, ey, die Welt ist einfach manchmal so kaputt, ey. Ganz ehrlich, Leute. Naja, in diesem Sinne, dafür wollte ich es heute einfach nochmal kundtun und kommentiert gerne, wie ihr das seht. Abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Thanks da oder eine Kanalmitgliedschaft. Und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.